Die Schlammschlacht zwischen Jeles Kotsch und den Ochsenknechts geht weiter. Obwohl die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler Jimmy Blue 2021 ein gemeinsames Kind erwarten, gibt das Paar wenige Wochen vor der Entbindung im September seine Trennung bekannt. Auch nach der Geburt ihrer Tochter Snow Elani kehrt bei dem einstigen Traumpaar kein Frieden ein. Im Gegenteil. Seit Monaten liefern sich die Influencerin und der wilde Kerl-Star nun schon einen heftigen Rosenkrieg im Netz. Der Grund? Angeblich interessieren sich der 30-Jährige und seine Familie überhaupt nicht für die Kleine. Der Musiker schenkt seinem Kind offenbar nicht einmal etwas zu Weihnachten. Und auch das letzte Treffen ist schon eine ganze Weile her. Außerdem soll er der stolzen Mutter eine ganze Menge Geld schulden. Deshalb zieht Jeles nun Konsequenzen. Für sie steht fest, sie will bei Snows erster Geburtstagsfeier nur einen kleinen Teil des Ochsenknechtclans dabei haben. Im Netz verrät die Hannoveranerin nun, dass sie sich eine Party mit Disney-Motto für ihren Nachwuchs wünscht. Auch über die Anzahl der Gäste macht sie sich jetzt schon viele Gedanken. Ihr Vater wird auf jeden Fall eine Einladung bekommen. Er kann einen Kumpel, eine Freundin oder Wilson mitbringen. Der Rest ist ausgeschlossen. Jimmy ist bei Jeles zu Hause jederzeit willkommen. Denn ihr ist es wichtig, dass ihre Tochter eine Bindung zu ihrem Papa bekommt. Deshalb steht es ihm zu, auch mal alleine Zeit mit seiner kleinen Prinzessin zu verbringen. Wenn sie alt genug ist und ich weiß, dass er gut für sie sorgt, dann auf jeden Fall. Aber warum will die 28-jährige Natascha, Cheyenne und Co. eigentlich nicht zu Snows Geburtstag einladen? Weil sich keiner für sie interessiert. Keiner fragt mal nach Fotos oder wie es ihr geht. Wir haben keinen Kontakt. Also warum sollte ich im engen Kreis eine unangenehme Situation schaffen? Sobald das Mädchen etwas älter ist, darf es aber natürlich selbst entscheiden, ob es Kontakt zu den Ochsenknechts pflegen will. Aber wieso darf der Reality-TV-Star dann seinen Bruder Wilson zur Geburtstagsfeier mitbringen? Wir hatten zwar keinen Kontakt, aber er hat sich nie eingemischt bzw. von ihm habe ich nie etwas mitbekommen. Und so ist es auch richtig. Tatsächlich ist der Schauspieler auch das einzige Familienmitglied, das Jeles trotz der ganzen Schlammschlacht im Netz immer noch folgt. Auf Jimmys Halbbruder Rocco Stark ist die Brünette ebenfalls gut zu sprechen. Sie stellt klar, dass der Ex-Dschungel-Camper seine Nichte sehr gerne kennenlernen darf. Auch einem Treffen mit seiner Tochter Amelia, die er aus seiner einstigen Beziehung mit Krymgloss hat, steht nichts im Wege. Bis Snows große Geburtstagsparty endlich stattfindet, dauert es aber noch eine ganze Weile. Und wen Jeles dann tatsächlich einlädt, kann sich in den kommenden Monaten ja auch noch ändern.